Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esser heute unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um zwei schicke Mounts, die wir von Rare Mobs auf Mechagon erhalten können. Bevor wir hier einsteigen, ja, ich fliege hier auf einem schicken Rochen und zwar, das ist der Leisegleiter, den wir aus Nasjatar von Lautlos bekommen. Zu dem hatte ich auch schon ein Video gebastelt und ja, da ist er mir letztens auch gedroppt. Das heißt, wenn ihr den noch braucht, schaut mal in das letzte Mount Guide Video rein, werde ich euch einmal verlinken. So, jetzt kommen wir zu den zwei Mobs, die uns quasi hier auf Mechagon die Rares droppen. Und da will ich euch noch einen kleinen Trick zeigen, also selbst wenn ihr schon wisst, wo die sind, es gibt noch einen kleinen extra Trick für euch. Und zwar haben wir einmal hier den Schrotthaufen Drifter und dieser schicke Schrotthaufen Drifter, ein komplett neues Model, ihr sitzt hier drauf und quasi das Rad dreht sich hier um euch rum. Der Drop von Rostfeder und Rostfeder ist ein Rare, den wir hier oben auf dem Berg haben und zwar bei den Koordinaten 65, 78. Kleine Info, hier das Addon, was ich habe zum Abhaken bzw. mit den Sternen, das ist einmal Handynotes und dann noch Handynotes. Mechagon von Cat Tours oder irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall sucht ihr mal nach Handynotes und dann Mechagon und selbiges gibt es dann auch hier für Nasiata. Da sieht man dann auch schick den Loot von den einzelnen Sachen, was halt droppen kann, hier zum Beispiel ein Pad oder andere Geschichten. Und hier sieht man quasi das Mount. So, weiter zu den Mounts. Der Rostfeder hat etwa eine Spawnzeit von einer halben bis Stunde. Es gibt Leute, die haben gemeint, dass sie teilweise einen Respawn nach einer Viertelstunde hatten bzw. manche nach zwei Stunden. Das kann hier ein bisschen blöd laufen, weil man öfter einen Phasing hat, wenn man auf eine andere Zone gerät. Und dementsprechend verschiebt sich das immer so ein bisschen. Wenn ihr das Ganze farmen wollt, dann macht es so, dass ihr hierher schaut und Serverhaupt, aber nicht Serverhaupt, bis ihr empfindet, weil der ist in ein paar Sekunden tot. Das macht keinen Sinn. Sondern, jetzt gehen wir mal hier zum Beispiel bei Nasiata rein, suchen uns einfach am besten... Ach ne, nicht nach Nasiata, wir müssen nach Mechagon. Mechagon, so rum, da queumen wir uns mal wieder ab. Mechagon, genau. Und dann suchen wir uns, wenn dann hier eine Questgruppe oder was besser ist, bei Benutzer definiert, Mechagon. Und schauen am besten nach einer Rearm-Up-Gruppe. Hier haben wir zum Beispiel eine Warmode-Off, ist immer ganz wichtig. Wenn ihr in Warmode-Off seid, solltet ihr auch in eine Warmode-Off-Gruppe gehen, sonst werdet ihr nicht gefacet. Quasi queumen wir uns jetzt überall rein, warten, bis wir irgendwo angenommen werden und dann phasen wir. Und wir machen das quasi so lang, bis hier relativ viele Leute stehen. Dann könnt ihr nämlich davon ausgehen, dass hier schon einige campen. Das so als kleiner Extratipp. So finde ich immer öfter bzw. schneller die Mounts. Gut, wir brauchen jetzt hier nicht weiterhoppen, weil ich habe mit dem hier, wie ihr seht, den heute eh schon umgehauen. Und dementsprechend brauche ich da jetzt nicht mehr auf den Mob campen. So, wir schauen jetzt mal zum anderen Mount-Drop noch weiter. Und zwar haben wir den nächsten, der ist hier unten. Der Arachnoide-Ernter heißt der. Und der droppt den rostigen Mechanokrabbeler. Und wer den Arachnoide-Ernter schon gesehen hat, ist das quasi so eine normale Spinne mit so dünnen Beinchen, die wir umklopfen können. Hier sieht es ähnlich aus zwischen einer halben und einer Stunde. Respawn-Zeit. Manche Leute haben ihn schon früher gesehen. Anscheinend ist die sehr, sehr variabel. Auch hier könnt ihr quasi mit den Gruppen hin und her hoppen. Die Drop-Chance, wie gesagt, von beiden Mounts wird vermutet, dass er etwa bei 1% liegt. Wissen tut man es noch nicht genau. Wir hätten es hier noch keine Daten ausgewertet. Auf jeden Fall ist er nicht sonderlich hoch. Ich habe den schon öfter mit, also beide Ram-Ops mit 40 Mann-Gruppen umgehauen und keiner hat's Mount gekriegt. Heißt, ist der beschissen. Wobei, dasselbe hatte ich beim Leise-Gleiter und dementsprechend habe ich ja das Mount rausgezogen. Ich nehme mal an, da ist es auch etwa bei 1%. So, dann schauen wir mal an, wie das Mount aussieht. Und zwar Krabbler. Und dann müssen wir mal gucken, welcher er ist. Das ist er, genau. Rostiger Mechanokrabbler. Und ihr seht, das ist nicht nur eine Spinne mit so dünnen Beinchen, sondern quasi so eine kräftige Mechanospinne, die auch hier hinten so einen Propeller raus hat, wenn sie schwimmt. Sieht sehr, sehr cool aus. Und die will ich auch unbedingt haben, weil es natürlich auch ein komplett neues Model ist und nicht wieder quasi eins, was einfach ein bisschen neu angestrichen wurde. So, jetzt haben wir soweit die beiden Punkte. Hier vielleicht nochmal die Koordinaten 52, 41, wer jetzt dieses Addon sich nicht draufziehen will. Gut, und jetzt zeige ich euch nochmal einen Special Trick, wie wir vielleicht ein bisschen einfacher an zumindest einen von den beiden Ram-Ops rankommen. Bis hierhin dürften die meisten Leute vielleicht sogar wissen, okay, mittlerweile eine Woche her, ich weiß, wo die Ram-Ops sind, danke fürs Gespräch. Aber ich kann euch nochmal einen kleinen Trick zeigen. Und zwar gibt es ja diese Chromie, die eine Daily hatte, die hier stand. Ich glaube, vor zwei, drei Tagen war die mal da. Und die hat euch ja in diese alternative Zeit gebracht. In der alternativen Zeitlinie können diese Ram-Ops auch da sein. Jetzt sagt ihr ja gut, wenn die dort da sind, dann sind ja auch ein Haufen Leute. Ja, aber man kann immer in diese alternative Zeiten, das wissen die meisten Leute nicht, wenn man sich ein bestimmtes Item herstellt. Und zwar persönlicher Zeitverschieber heißt dieses Item. Dafür braucht man zwei so Kisten, man braucht so diese Epik-Ketten und zwei Energiezellen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch einen rumliegen habe. Ähm, per... Ne, ich habe anscheinend nichts mehr rumliegen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich genug Teile habe, um mir hier nochmal die Dinger herzustellen. Ich glaube schon, ja. Machen wir das mal. Stellen wir mal zwei Teile her. Und dann können wir uns unseren persönlichen Zeitverschieber herstellen. Und mit diesen... Ach, ich hatte sogar noch welche. Ach, fuck. Egal. Und jetzt sind wir hier quasi in der anderen Zeitlinie. Und wenn Chromi nicht da ist, beziehungsweise die... Ähm, die Daily nicht da ist, ist hier so gut wie niemand in dieser anderen Zeitlinie. Das kann ich euch sagen. Ihr seht, hier läuft eigentlich niemand rum. Man kann hier aber trotzdem rumhappeln. Und übrigens kann man hier auch... Ähm... Oh, jetzt ist hier schon ein Ram-Up aufgeploppt. Ähm. Und hier ist dann auch sehr, sehr oft der Ram-Up da. Ja, also das einfach mal abchecken, ob ihr den dort stehen habt. Ihr müsst zwar ein paar Teile ausgeben. Aber ich habe jetzt, ich glaube, die letzten zwei, drei Mal, wenn ich hierher gehe, äh, faced und habe direkt diesen Ram-Up hier gefunden, weil kein anderer mehr da ist. Äh, Rostfeder oben, muss ich sagen, habe ich, äh, noch nicht gesehen. Ich glaube, der kann in dieser alternativen Zeitlinie nicht da sein. Aber zumindest dementsprechend die Spinne. Und es gibt hier auch noch ein paar andere Rares. Zum Beispiel diesen rostigen Prinzen, den er vielleicht noch für das eine oder andere Chief in Brot. Wir können jetzt mal hochschauen, aber ich glaube, Rostfeder, der ist nicht da soweit. Und ich weiß, in dieser, in dieser Zeitlinie, genau, hier ist auch nichts oben. Hier sind auch keine Viecher, weil man im normalen Fall hier unten bleiben sollte. Genau, also für die Spinne wäre das eine Alternative. Da könnt ihr mal gucken, dass ihr vielleicht, ähm, euch dann hier hinfacet, wenn euch die Teile jetzt nicht so wichtig sind, ihr genug Rumflacken habt und euch dann schnell den Ra holt und dann einfach wieder, ihr könnt das hier wegklicken. Dann seid ihr wieder in der normalen, ähm, Zeitzone. Ihr könnt auch quasi das anklicken, wenn ihr direkt über dem Mob steht und faced dann direkt in die andere Zone. Gut, das war's mit dem kleinen, äh, Mount-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv wertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.